wirst du dabei sein, der diese Fürsprache vom Propheten, das ist ein gutes Wort für dich einlegt, wo du genau entgegen gehandelt hast zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Und jaumul Qiyamah, damit ich dir die Frage beantworte, die ich dir zuvor gestellt habe, ob du zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, einfach so hingehen kannst und ihn um Fürsprache bitten kannst, höre, was die Antwort vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sein wird. Ich gebe dir schon ein Zukunftsbild voraus. So werden die Engel, yawmul Qiyamah, zu der Ummah von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam kommen. Und sie nehmen sich den und den und den heraus und bringen sie in das Höllenfeuer. Und Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, der Barmherzigste, der nicht weiß, warum sie sie in das Höllenfeuer hereinbringt, er wird sagen, Ummati, Ummati, meine Ummah, meine Ummah, was macht ihr mit ihnen? Wo bringt ihr sie hin? Das sind Leute, die sollen ins Paradies. Höre, was die Engel sagen werden. Du weißt nicht, o Gesandte Allahs, was sie alles nach dir erneuert haben. Ja Allah, wird Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, dich dann verteidigen vor den Engeln, wird er sagen, er wusste vielleicht nicht. Vielleicht ist er entschuldigt. Dann sagt er, höre zu, Weg mit denen, die nach mir geändert haben.